Musik Mir ist so kalt, ich muss nicht mal frieren. Und ohne Kleidung kommen wir hier nicht weg. Das ist genau der Plan dieser Zypern. Wir müssten hier weg, wer weiß, was die sonst noch vorhaben. Hey, sie rufen um Hilfe. Ach was soll ich, sie gibt sowieso keinen Empfang. Ich bin weg, da kommt sie. Ach komm schon, ficken oder frieren ist das Tagesmotto. Du hast die vorliegen jetzt. Oh mein Gott, der ist tot. Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen sie rücksichtigen Hütte bleiben. Nein, das ist warm. Die bringen uns doch um. Hey Mädels, ich habe ein Motorrad gefunden. Damit können wir fluchten. Aber das wird nicht klappen. Jack, ich frage mich, wo die sind. Los, jetzt holen wir uns die Eisprinzessinnen. Jetzt gibt es kalten Fisch zum Schlecken. Ich frage mich, wo Beatwold steckt. Wahrscheinlich hat er schon seinen Spaß mit ihnen. Wo sind die Mädels? Das ist so nützlich. Das ist so nützlich. Das ist so nützlich. Schneller, schneller. Was hat das? Du, jetzt geschafft, ich gebe los. So, Ladies, jetzt sind wir bei dir dran. Das ist ein Spaß. Ja, mit dem Nürnlauch. Ja, mit dem Nürnlauch.